Wir verwenden die Schlachter 2000 als derzeit beste deutsche Bibelübersetzung. Und wir glauben an die vollkommene Inspiration und ewige Bewahrung der Schrift in Form des masoretischen Textes, der hebräische Urtext des Alten Testaments und in Form des griechischen Textus Rezeptus, der Urtext des Neuen Testaments. Hier wird der ganze Ratschluss Gottes verkündigt in der Baptistenkirche ein zuverlässiges Wort, weil wir den ganzen Ratschluss Gottes haben. Wir müssen nicht danach suchen. Die Bibel ist eindeutig, dass Gott sein Wort inspiriert hat, dass Gott sein Wort mit anderen Worten eingehaucht hat, das heißt gesprochen hat. Denn die Bibel sagt in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, also eingegeben, inspiriert, eingehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und raten wir mal was, Gott hat nicht verschiedene Worte Gottes inspiriert, es gibt nicht verschiedene Versionen, es gibt nur ein Wort Gottes, das wir bewahrt finden im masoretischen Text, dem hebräischen Urtext und im Textus Rezeptus, dem griechischen Urtext. Da heißt es in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 21, Das heißt, Gott hat durch seinen Heiligen Geist gesprochen zu Propheten und sein Wort wurde niedergeschrieben. Vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wir glauben, also laut dem, was die Bibel uns schwarz auf weiß sagt, an die Inspiration von Gottes Wort. Das betrifft nicht nur irgendwie manche Teile der Bibel. Und die Bibel ist auch nicht irgendwie eine Idee von Menschen oder irgendwie Erfahrungen von Menschen, spirituelle Erfahrungen oder so, sondern die Bibel ist zu 100% Gottes Wort. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und natürlich sagen auch viele sogenannte Christen heutzutage, ja natürlich, wir glauben an die Inspiration von Gottes Wort in den Originalen. Also sie sagen damit, ja in den Originalen, also in den Handschriften, die tatsächlich beispielsweise Paulus und so weiter geschrieben haben. Ja natürlich, das war Gottes Wort, Gottes inspiriertes Wort. Aber wir haben diese Originale natürlich nicht mehr, logischerweise. Aber weißt du was, andererseits können wir sagen, wir haben die Originale. Denn hier ist das Ding, was für einen Sinn würde das machen, wenn Gott sich die Mühe macht, sein Wort zu inspirieren, sein Wort zu reden, einzuhauchen, sein Wort zu reden zu Propheten und zu Schriftgelehrten, die sein Wort niederschreiben. Was für einen Sinn würde das machen, dass Gott sich diese Mühe gemacht hat, wenn dann einfach sein Wort verschollen geht, wenn er es nicht auch bewahrt. Natürlich hat Gott sein Wort bewahrt bis in alle Ewigkeit, sodass wir heutzutage Gottes originales Wort haben. Gottes originales Wort. Wir glauben nicht nur an die Inspiration von Gottes Wort in den buchstäblichen Originalen, sondern wir glauben, dass Gottes Wort bis heute da ist. Gottes perfektes, inspiriertes Wort. Bis auf den letzten Buchstaben haben wir es. Gott hat sein Wort bewahrt und deswegen können wir und werden wir hier den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Matthäus 5, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Hier haben wir eine klare Zusage von Jesus Christus selbst. Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Noch nicht mal ein einziges Strichlein wird vergehen. Aber was sagen heutige angebliche Christen? Naja, diese Bibelübersetzung, die basiert ja auf besseren, älteren Urtexten. Und sie wollen irgendwie ältere und bessere Manuskripte ausgraben. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich meine, müssen wir Jesus Christus ausgraben? Müssen wir einen besseren Christus finden? Denn das, was diese Leute sagen, das, was diese Leute sagen, ich meine, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Bibel ist eindeutig, dass Jesus Christus das Wort ist. Das Wort ist Jesus Christus. Nicht nur ein Titel, sondern Jesus ist das Wort Gottes. Müssen wir wirklich irgendwelche Manuskripte ausgraben? Irgendwie die Bibel rekonstruieren? Weißt du was? Ich habe immer noch Jesus Christus. Ich habe immer noch den Sohn Gottes. Ich habe immer noch Gottes Wort. Gott hat sein Wort bewahrt. Und er wird es auch in Ewigkeit bewahren. Wir müssen nicht die Bibel ausgraben. Wir müssen nicht Jesus Christus ausgraben. Ich gebe einfach nur schnell ein paar Beispiele. Wie moderne Bibelübersetzungen, sogenannte Bibelübersetzungen, es sind keine Bibeln. Es ist Müll, es ist Dreck. Wie sie Gottes Wort verdrehen. Markus 10, Vers 24, da sagt die Bibel, die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Macht Sinn, nicht wahr? Aber wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Wenn du auf dein Reichtum vertraust, dann wirst du es verdammt schwer haben, in den Himmel zu kommen. Du wirst gar nicht in den Himmel kommen. Sie wollen ihr Vertrauen nicht auf Jesus Christus setzen, um gerettet zu werden. Was sagt die Elberfelder, auch die tolle Elberfelder? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Ich meine, was für ein Müll ist das? Die Elberfelder ist Müll, sage ich dir heute. Wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Hey, das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, habe ich von der Einfachheit in Christus gelesen, von der wir uns nicht abwenden lassen sollen. Das Evangelium ist einfach. Es ist einfach, gerettet zu werden. Aber diese Pseudo-Bibeln, diese korrupten Bibeln, sie stammen offensichtlich von reichen Leuten, die Geld machen wollen und sie lassen diese Teile dann natürlich weg. Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen? Diesen Teil lassen sie weg. Machen einfach, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Hey, es ist einfach, gerettet zu werden. Jesus hat den schwierigen Teil für uns getan, er ist am Kreuz für uns gestorben. Wir müssen nur glauben. Aber diese Leute glauben natürlich nicht an Jesus Christus. Sie glauben nicht an Gottes Wort. Aber das weißt du doch gar nicht, Anselm. Doch, ich weiß das. Wenn sie an Jesus Christus glauben würden, würden sie auch an die Bewahrung der Bibel glauben. Denn das ist, was Jesus versprochen hat. Und rate mal was, wenn du einem Versprechen von Jesus nicht glaubst und ganz einfach sagst, nee, das stimmt nicht, Gottes Wort ist verschollen gegangen, wir müssen es wieder ausgraben, dann glaubst du nicht an Jesus. Ich meine, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. So einfach ist das. Lukas 2, Vers 33 Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Macht Sinn. Josef und seine Mutter, denn Josef war nicht Jesus' Vater. Was sagt die Lutherbibel? Ach, Luther. Muss doch in Ordnung sein. Luther 2017. Die 2017 ist überhaupt nicht in Ordnung. Da heißt es nämlich, und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Sein Vater und seine Mutter? Was für ein Dreck. Lukas 4, Vers 4 Und Jesus antwortet sie ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Die Hoffnung für alle sagt, aber Jesus werte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot. Punkt. Fertig aus. Aber was lassen sie weg, sondern von einem jeglichen, also von einem jeden Wort Gottes. Siehst du, wenn der Mensch von einem jeden Wort Gottes lebt, dann brauchen wir auch eine tatsächliche Bibel, die jedes Wort Gottes enthält. Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 37, da sagt die Bibel, als sie aber auf den Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er antwortete so und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Also ganz einfache, wichtige Frage, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Was ist die Antwort? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Was sagt die NGU, die neue Genfer Übersetzung? Als sie nun ins Gespräch vertieft, keine Ahnung, woher sie das nehmen, das steht da eigentlich gar nicht, als sie nun ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Wieder, gute Frage. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Was ist die Antwort in Vers 37? Zitat Ende. Das ist die Antwort. Dann geht es einfach weiter in Vers 38 und er befallt, den Wagen anzuhalten. Beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus topfte den Mann. Das heißt, du bekommst in einer modernen Bibelübersetzung gar nicht die Antwort auf die Frage. Was hindert mich, getauft zu werden? Vers 37 fehlt. Sie lassen das weg. Matthäus 18, Vers 11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Was sagt die Hoffnung für alle? Ja, die Bibel, die dir Hoffnung gibt. Was sagen die? Zitat Ende. Das war's. Den Vers gibt's nicht. Matthäus 18, Vers 11. In deiner bescheuerten Hoffnung für alle. Keine Hoffnung für alle. Zweitens. Wir glauben, dass die Errettung aus Gnade durch den Glauben erfolgt. Wiedergeboren zu werden durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus ist die einzige Voraussetzung für die Errettung. Siehst du, vieles in der Bibel ist natürlich schwierig. Es gibt viele schwierige Bibelstellen. Ich meine, wir haben das gelesen, Matthäus 5, Vers 18. Bis Himmel und Erde vergangen sind, würde sich ein Buchstabe noch ein einziges Strich nach vorm Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn wir uns das Gesetz anschauen, dann erkennen wir natürlich, wir sind Sünder. Wir haben nicht alles gehalten. Vieles in der Bibel ist schwierig. Oder wir erkennen, wir sind unperfekt. Wir sind Sünder. Wir reichen nicht heran. Aber siehst du, weil Gott uns liebt, hat er eine Sache ganz besonders einfach gemacht. Und das ist Errettung. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 13, Vers 38 bis 39, Apostelgeschichte 13, Vers 38 bis 39, So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Die Errettung geschieht allein aus Gnade, durch den Glauben. Allein. Ohne die Werke des Gesetzes. Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 18. Und ich gehe diese Verse nur schnell durch, um euch einen Überblick zu geben, was die Bibel sagt. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Johannes Kapitel 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Johannes Kapitel 6, Vers 29. Jesus antwortet so und sprach zu ihm, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Johannes Kapitel 6, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Immer wieder, Glaube, Glaube, Glaube. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Johannes-Evangelium, wo es immer wieder darum geht, hey, ihr müsst glauben. Es ist einfach nur durch den Glauben, dass wir gerettet werden. Wir können sonst nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Wir können uns die Rettung nicht verdienen. Sondern wer an Jesus Christus glaubt, hat ewiges Leben. Wer Jesus Christus vertraut. Warum? Weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Er hat bezahlt den Preis, den wir auf ewig bezahlen müssten, in der Hölle, den wir also niemals abbezahlen können. Und was müssen wir tun, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Einiges in der Bibel ist schwierig, aber Gott hat eine Sache besonders einfach gemacht. Errettung. Woher wissen wir das? Weil wir immer noch die ganze Bibel haben. Wir müssen nicht Rätselraten spielen. Wir müssen nicht irgendwie Johannes 3, Vers 36 in der Elberfelder lesen, wo es dann auf einmal heißt, wir haben dem Sohn nicht gehorcht. Ich weiß nicht, es ist einfach nur Glaube. Doch, es ist einfach nur Glaube. Ich weiß nicht, du musst auch Jesus nachfolgen. Nein! Ich meine, du musst auch die 10 Gebote halten. Nein! Ich meine, du musst auch zur Kirche gehen. Nein! Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Doch, du kannst so weiterleben wie vorher. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du trotzdem gerettet. Wir glauben an der Rettung und Gnade durch den Glauben. Und deswegen glauben wir auch an, drittens, die ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir glauben an einmal gerettet, immer gerettet. Wenn du einmal gerettet bist, dann bist du immer gerettet. Genauso wie ein Vater sein Sohn natürlich nicht in ein Feuerwehr, werfen würde, würde Gott auch seine Kinder, Christen, Gläubige, nicht in die Hölle fahren lassen. Ich lese vor aus Johannes Kapitel 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich meine, wie schwer ist das zu verstehen? Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, aber du kannst dich lossagen von Gott. Was für ein Quatsch. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Oh, du bist größer als Gott? Du bist stärker als Gott? Du kannst dich lossagen von Gott? Bist du stärker als Gott? Wenn Gott dich hält, wenn du einmal gerettet bist, dann hält Gott dich. Dann bist du für immer gerettet. Was wäre, wenn sich ein Vater, oder wenn sich ein Sohn von seinem Vater lossagt, sozusagen? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Hat er dadurch eine andere DNA? Nein, er ist immer noch der Sohn seines Vaters. Genauso, wie wenn wir als Christen zurückfallen, das schwarze Schaf in der Familie sind. Wir sind immer noch Gottes Kinder. Weil wir unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Wir haben ewiges Leben. Wir werden es nicht irgendwann bekommen, sondern die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Gegenwart. Hat ewiges Leben. Nicht wird bekommen. Vielleicht. Sondern hat ewiges Leben. Wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann bist du nicht gerettet. Lass mich dir die Frage stellen. Wenn du das ewige Leben wieder verlieren könntest, dein Heil wieder verlieren könntest, was müsstest du tun oder lassen, um gerettet zu bleiben? Und deine Antwort ist mir völlig egal. Denn es läuft immer darauf hinaus, dass du eben irgendetwas Gutes tun musst oder irgendwelche Sünden lassen musst, um gerettet zu bleiben. Und rass mal was, dann hängt deine Errettung von dir ab und dann bist du nicht gerettet, dann wirst du zur Hölle fahren. Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 10, Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer aber Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis. Was ist das Zeugnis? Darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Gott hat uns nicht temporäres Leben gegeben. Gott hat uns nicht endliches Leben gegeben. Gott hat uns unendliches, ewiges Leben gegeben. Würde es doch wieder aufhören oder würde Gott es wegnehmen, das Geschenk des ewigen Lebens, dann wäre Gott ein Lügner. Dann wäre Gott ein Dieb. Und all diese Irrlehrer, all diese Hunde, die einmal gerettet, immer gerettet ablehnen heutzutage in all diesen falschen Kirchen in Deutschland, sie werden alle zur Hölle fahren. Sie sind stolz. Sie bezichtigen Gott. Ein Lügner und ein Dieb zu sein. Das ist, was sie damit tun. Wenn du nicht an ewiges Leben, unendliches Leben glaubst, wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann glaubst du Gott gar nicht. Denn was sagt die Bibel hier in 1. Johannes 5, Vers 10? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Was ist das Zeugnis? Das steht im nächsten Vers, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Dann heißt es in Vers 10 weiter, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Warum? Weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Jemand, der nicht an ewiges Leben glaubt, an ewiges Leben, Betonung auf ewig, der glaubt Gott gar nicht. Denn es heißt hier in Vers 10, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. So, ja, ich glaube an Gott. Ja, ich glaube an Gott. Ich glaube nur nicht an Heilsicherheit. Ich glaube natürlich auch an Gott. Ja, wir sind Brüder, wir sind Christen. Ja, so kommen die Irrlehrer daher. Naja, ich glaube an Gott. Wir sind doch Brüder. Ich glaube nur nicht an eure Lehre. Einmal gerade, immer gerade. Nun, dann glaubst du gar nicht an Gott. Dann glaubst du nicht an das Zeugnis, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und worin besteht dieses Zeugnis? Dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Viertens, wir glauben an die Taufe von Gläubigen durch Untertauchen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir lehnen besprengen, begießen und die Taufe im Namen Jesu allein ab. In Matthäus, Kapitel 28, Vers 19 heißt es, in dem berühmten Vers Matthäus 28, Vers 19, Darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Bibel gibt uns den Befehl, neue Christen zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, wir werden gerettet durch den Glauben allein. Und dann sind wir gerettet. Dann haben wir ewiges Leben. Natürlich ohne unbedingt getauft zu sein. Aber was sollte optimalerweise der nächste Schritt sein, wenn jemand gerettet ist? Dass er getauft wird im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was zeigt die Taufe an? Die Taufe ist natürlich ein Symbol. Durch die Taufe, dadurch, dass wir unter das Wasser gehen. Nicht, dass wir ein paar Tropfen auf den Kopf bekommen. Sondern, dass wir unter das Wasser gehen. Dadurch zeigen wir an, Jesus ist für uns gestorben. Und wir sind mit Christus gestorben. Dann kommen wir aus dem Wasser herauf. Genauso wie Jesus aus dem Grab auferstanden ist. So wurden wir eben auch auferweckt. So haben wir eben auch neues Leben bekommen durch den Glauben. Also zum einen ist das Symbol. Zum anderen geht es darum, dass wir mit der Taufe anfangen, Jesus Christus nachzufolgen. Gott in diesem Leben zu gehorchen. Im Geist zu wandeln. In einem neuen Leben zu wandeln. Wir haben ewiges Leben. Wir sind gerettet. Wir kommen so oder so in den Himmel. Taufe hin oder her. Aber wir wollen dann auch in einem neuen Leben wandeln. Auch Jesus Christus nachfolgen. Das heißt in Römer Kapitel 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also zunächst mal heißt es hier, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Seit wann wirft man ein paar ein paar ein paar Steine oder einfach einem nur ein bisschen Erde auf den Sarg, wenn man jemanden begrabt. Der Sarg, der kommt ganz unter die Erde. Genauso gehen wir auch wir ganz unter Wasser. Diese angebliche Taufe in der evangelischen katholischen Kirche ist keine Taufe. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also wir fangen an in einem neuen Leben zu wandeln. Jesus nachzufolgen. Optimalerweise ist es eben so wie in der Apostelgeschichte, wo es heißt in der Apostelgeschichte 18,36 Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden. Das sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er antwortete so eine Sprache, ich glaube, dass Jesus Christus und Gottes ist. Und er wird eben direkt getauft. Er wurde gerettet, hat das Evangelium geglaubt und wird eben direkt danach getauft. Das ist natürlich der Optimalfall. Dieser Optimalfall wird nicht immer eintreten. Das sollte dich nicht davon abhalten. Trotzdem, so gut du kannst eben Jesus Christus nachzufolgen natürlich und Seelengewinn zu gehen, die Bibel zu lesen und so weiter. Aber eigentlich sollte die Taufe der erste Gehorsamsschritt sein. Und genauso wie Christus eben durch die Herrlichkeit des Vaters, Römer 6,4 aus den Toten aufgeweckt worden ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Aber hier ist das Ding, ein Baby kann schlecht in einem neuen Leben wandeln. Es hat noch nicht mal laufen gelernt. Wie soll es dann Jesus Christus nachfolgen und Seelengewinn gehen und so weiter. Das macht keinen Sinn. Aber das, was die katholische Kirche macht, das, was die evangelische Kirche macht, dass sie Babys taufen. Wie behindert was ist das denn? Was ist die Einschränkung? Ja, was hindert mich getauft zu werden? Ja, das ist so ein Sprach, oder da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Ein Baby kann nicht glauben, ein Baby kann das kognitiv noch gar nicht verstehen überhaupt. Mal ganz davon abgesehen, dass Babys natürlich nicht der Errettung bedürfen. Babys sind weder verloren noch gerettet, sondern Babys kommen ganz einfach so in den Himmel. Sie sind ohne Sünde. Lukas Kapitel 23, Vers 42, da sagt die Bibel, und er sprach zu Jesus, das ist der Dieb am Kreuz, naja, der Dieb am Kreuz, der gerettet wurde. Lukas Kapitel 23, Vers 42, und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, warte, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Dieb am Kreuz, was hat er getan? Er hat an Jesus Christus geglaubt, hat den Namen des Herrn angerufen, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Was sagt Jesus? Oh, du bist nicht getauft. Nein, was sagt Jesus? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir werden aus Gnade durch den Glauben gerettet, aber was sollte dann der nächste Schritt sein? Dass wir uns taufen lassen, dass wir anfangen, im Geist zu wandeln, im neuen Leben zu wandeln, Jesus Christus nachzufolgen. Und wir sehen das sogar bei Jesus Christus selbst. Wann hat er seinen Dienst begonnen, das Ervergebung zu verkündigen? Er hat seinen Dienst begonnen, nachdem er getauft war. Das war der Beginn seines Dienstes. Und der Himmel hat sich ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine taube Herabsteigung auf ihn kommen. Und siehe, es kam eine Stimme vom Himmel, die sprach, dieses mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wurde er eben vom Teufel versucht, in die Wüste geführt und so weiter. Dann heißt es, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes eben anfing, das Evangelium zu predigen. Die Taufe sollte der Beginn unseres Dienstes für Gott sein. Fünftens, wir glauben, dass die Unerlösten die Ewigkeit in einer buchstäblichen Hölle in Qualen verbringen werden. Wir glauben, fünftens, dass die Unerlösten, die Ungläubigen, die Verlorenen, die Ewigkeit in einer buchstäblichen Hölle in Qualen verbringen werden. Aber was ist mit den Leuten, die Gott nicht kennen, Anselm? Was ist mit den Leuten, die Gott nicht kennen? Nun, die Bibel sagt im 2. Thessalonicher 1, Vers 8 in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Und wenn du ein Problem damit hast, dann sollten wir vielleicht nochmal zurückgehen zum vorherigen Punkt, wo es darum ging, Jesus Christus nachzufolgen, Seelengewinn zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Ja, ja, fahren die etwa alle zur Hölle? Nun, wo bist du beim Seelengewinn? Wo bist du, wenn wir offizielle Seelengewinnzeit haben? Wo bist du, wenn es wieder einen Seelengewinn-Marathon gibt? Dann rette doch Menschen! Verkündigen das Evangelium! Rette sie vor der Hölle! Das ist, was die Bibel lehrt! In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Die Bibel macht keine Späße, wenn es um die Hölle geht. Die Hölle ist ein realer Ort, nicht irgendwie eine Idee, nicht irgendwie ein Zustand, sondern ein realer Ort, an den jemanden kommt, um für seine Sünden in Ewigkeit bestraft zu werden, weil er nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt hat. Und hier ist das Ding, wie ich gesagt habe, es gibt eine Sache, die Gott besonders einfach gemacht hat. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du dein Haus. Es ist so einfach, sie könnten glauben, ich glaube an dich, Herr Jesus Christus, du bist für meine Sünden gestorben, ich vertraue dir allein, nehme ich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Sie könnten sich das Leben so einfach machen, sie könnten einfach ihren Stolz ablegen und sagen, okay, ja, ich bin ein Sünder, bitte rette mich, ich will nicht an diesen Ort der Qual kommen. Aber siehst du, Menschen sind nicht, die meisten Menschen sind leider nicht interessiert an der Wahrheit. Viele Menschen sind ganz einfach zu stolz, das Evangelium anzunehmen. Sie wollen eben lieber zum Beispiel auf ihren Reichtum vertrauen. Und wie schwer ist es eben für die, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Offenbarung 14, Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die, die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden keine Ruhe haben Tag und Nacht. Sie werden keine Ruhe haben Tag und Nacht. Das ist unvorstellbar. Lass dir das ruhig auf der Zunge zergehen. Was die Bibel hier sagt. Dass sie keine Ruhe haben werden Tag und Nacht. Aber weißt du was? Du könntest beim Seelengewinn dabei sein. Du könntest Menschen warnen vor der Hölle. Sie zumindest warnen. Ob sie das Evangelium annehmen, hey, das liegt an ihnen. Aber du könntest sie zumindest warnen. Sechstens, wir glauben, dass Jesus Gott ist und dass Jesus Christus vom Heiligen Geist gezeugt, von der Jungfrau Maria geboren wurde. Und wir glauben auch an die Trinität. Wir glauben, dass Gott aus dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist besteht, dass diese drei eins sind. Der Vater, der Sohn, der Heiligen Geist sind drei verschiedene Personen. Diese Lehre ist gemeint als Trinität, Dreieinigkeit benannt. Wir lehnen die Lehre, die Irrlehre, des Modalismus oder der sogenannten Oneness ab. Wir glauben hier an die orthodoxe Trinität, an die biblische Trinität. In Lukas 1, Vers 34, ich lese vor, da heißt es, Maria aber sprach zu dem Engel. Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Also wie kann das sein, dass sie eben den Sohn Gottes gebären sollte? Da sie von keinem Mann wusste. Sie war Jungfrau. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Maria war Jungfrau, das ist die Bibel eindeutig. Natürlich verdrehen auch das moderne Bibelübersetzungen übrigens. Maria war Jungfrau und wie wurde sie schwanger? Vom Heiligen Geist. Das ist natürlich ein Wunder, das Gott gewirkt hat. 1. Johannes 4, Vers 14, da sagt die Bibel, Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Also der Vater ist natürlich eine andere Person als der Sohn. Der Vater hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Aber wir glauben an einen Gott, denn die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 7, In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, denn es sind drei, die Zeugnisse ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Ein Gott, drei verschiedene Personen. Und das wird angegriffen, die Lehre der Trinität von Irrlehrern, von falschen Propheten, die sowas wie Modalismus oder Oneness lehren und sagen im Grunde genommen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist dieselbe Person sind. Ja. Das ist einfach dieselbe Person. Okay, also der Vater hat sich somit selbst gesandt und hat einfach behauptet, der Sohn zu sein. Das ist Lästerung. Das ist widerwärtig. Sie verdrehen Gottes Wort und diese Irrlehrer machen sich lustig im Grunde genommen über Gottes Wort. Wo die Bibel eindeutig sagt, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Der Vater ist eine andere Person als der Sohn. Aber wir glauben eben an das, was die Bibel eindeutig lehrt, an einen Gott in drei verschiedenen Personen. In einem der bekanntesten Versen der Bibel, Johannes Kapitel 1, Vers 1, was sagt die Bibel da? Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also schon am Anfang vom Johannes-Evangelium erfahren wir die eindeutige Lehre der Trinität. Im Anfang war das Wort, nun, das kann sich nur auf Jesus Christus beziehen und das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war bei Gott. Also, wir sprechen hier von zwei Personen. Wir sprechen hier von dem Vater und von dem Sohn. Und das Wort war Gott. Also, Jesus Christus war am Anfang. Er war bei Gott. Er ist eine andere Person als der Vater und er war Gott. Also, Jesus Christus ist eine andere Person als der Vater, aber er ist genauso Gott. Jesus Christus ist Gott und nur Gott kann uns retten. Ein falscher Jesus, der nicht Gott ist, der einfach nur irgendein Mensch ist, kann ich nicht retten. Siebtens, wir glauben nur an die Ortsgemeinde und nicht an eine universelle, weltweite Kirche. Es gibt diese Leute, die glauben an die Kirche. Sie sprechen von der Kirche, als gäbe es nur eine Kirche. Sie glauben an diese weltweite Kirche, an diese weltweite fiktive Gemeinde von Gläubigen, die es nicht gibt. Das nennt sich übrigens katholische Kirche. Die katholische Kirche glaubt, dass sie die einzig wahre Kirche ist und alle gehören eigentlich dazu und all die anderen Gemeinden, die sind alle nur abgefallen und die müssen wieder zu Mutterkirchen zurückkehren. Aber die Mühe ist eindeutig, dass Jesus Christus das Haupt der Ortsgemeinde ist. Jeder einzelnen Kirche. Die Bibel spricht immer wieder von mehreren Kirchen, Plural. Denn es heißt in Offenbarung 1, Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden, also Johannes an die sieben Gemeinden, Kirchen, das ist ein Synonym, die in Asia sind, gemeint ist die Provinz Asien, Gebiete heutigen Türkei. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und so weiter. An die sieben Gemeinden. Aber heutige Christen denken, dass es irgendwie diese allgemeine weltweite Kirche gäbe, diese allgemeine große Gemeinde. Was für ein Quatsch. Denn es werden dann eben verschiedene Gemeinden aufgezählt. Sieben Gemeinden. Eine davon ist die Gemeinde in Ephesus. Epheser Kapitel 1, Vers 22 Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also, wir könnten auch weitere Versen dazu aufschlagen. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Welcher Gemeinde und welche Gemeinde geht es hier im Kontext? Um die Gemeinde in Ephesus. Eine der sieben Gemeinden an die Johannes in der Offenbarung auch schreibt. Und dann sagen Leute, siehst du, Jesus ist das Haupt seiner weltweiten Gemeinde. Das, was sie darunter verstehen. Wir sind eine Gemeinde mit allen Christen. Und Jesus ist unser Haupt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern an welche Gemeinde richtet sich der Brief Epheser? An die Gemeinde in Ephesus. Wenn wir das also auf uns beziehen, an wen richtet sich das? An die Gemeinde in Pforzheim. An konkret die Baptistenkirche ein zuverlässiges Wort. Ja. Es gibt natürlich auch andere Gemeinden in Pforzheim. Falls es überhaupt richtige Kirchen sind in den Augen Gottes. Jesus ist das Haupt, das Oberhaupt der Gemeinde, der Ortsgemeinde, der Gemeinde in Ephesus. Unserer Gemeinde. Denn was ist eine Gemeinde? Was ist eine Kirche? Die Bibel sagt in Hebräer, Kapitel 10, Vers 25, ihr kennt den Vers bestimmt schon, Hebräer, Kapitel 10, Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahmen seht. Also, eine Gemeinde, eine Kirche, ist eine Versammlung von Gläubigen. Natürlich nicht irgendeine x-beliebige Versammlung, sondern eine Versammlung von Gläubigen mit einer bestimmten Struktur, die die Bibel vorgibt. Denn es gibt Ämter in der Gemeinde. Das Oberhaupt der Gemeinde, der Kirche, unserer Kirche, Faith to World Baptist Church beziehungsweise als Ableger, Baptistenkirche, zuverlässiges Wort. Das Oberhaupt ist Jesus Christus selbst. Er ist das Oberhaupt. Und wir haben einen Pastor. Unser Pastor ist Pastor Steven Anderson. Es gibt Ämter in der Gemeinde, die Gott festgelegt hat, die Gott eingesetzt hat. Unter dem Pastor gibt es Ämter wie Diakone, wie Evangelisten und so weiter. Also eine Gemeinde oder eine Kirche, das sind Synonyme, ist eine Versammlung von Gläubigen. Und hier ist die Frage an dich. Sind wir mit allen Gläubigen in der Welt versammelt? Sind wir heute an diesem Nachmittag mit allen Gläubigen in der Welt versammelt? Nein. Also gibt es keine weltweite Gemeinde. Sondern es gibt Ortsgemeinden. Einzelne Gemeinden. Aber diese Lehre der weltweiten Gemeinde kommen natürlich von der katholischen Kirche. Denn katholisch bedeutet sowas wie universal, allgemein. Es ist eine katholische Lehre, die von Freikirchen angenommen wird. Und das führt zur Ökumene. Ja, wir müssen mit allen zusammenarbeiten. Und am besten, wir müssen in Pforzheim mit all den Gemeinden zusammenarbeiten. Und am besten auch mit LGs Gemeinde. Und am besten auch mit den Adventisten. Und mit den Zeugen Jehovas. Und mit den Mormonen vielleicht auch, die gar nicht an Jesus Christus glauben, weil sie einen falschen Jesus haben. Sie glauben gar nicht, dass Jesus Christus Gott ist. Sie glauben nicht an die Trinität. Wir werden nicht mit Irrlehrern zusammenarbeiten. Hey, wir sind nicht eine große Gemeinde. Es gibt Gemeinden. Und es ist gut, dass es verschiedene Gemeinden gibt. Es gibt Leute, die fragen sich, ja, 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 wie? Ja, wie kann es denn sein, dass es so viele Splittergruppen gibt im Christentum? All diese Splittergruppen. Weißt du was? Es ist super, dass es so viele verschiedene Gemeinden gibt. So viele Kirchen. Denn die meisten davon sind falsch. Die meisten davon sind voll von Irrlehre und keinen richtigen Kirchen. Deswegen ist es gut, dass wir eine Auswahl haben, nicht wahr? Und hier ist das Ding, wenn eine Gemeinde abfällt, wenn eine Gemeinde in Irrlehre geht, wenn eine Gemeinde schlecht wird und die vielleicht wenigen Gläubigen, die noch existieren, diese Gemeinde verlassen, dann haben sie eine andere Option. Deswegen ist es gut, dass es mehrere Gemeinden gibt. Achtens, wir lehnen die Lehre des Calvinismus ab. Achtens, wir lehnen die Lehre des Calvinismus ab und glauben, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber Calvinisten wollen das nicht wahrhaben. Sie gehen dann zum Griechischen zurück. Habe ich schon erlebt. Sie gehen zum Griechischen zurück und sagen, ja, im Griechischen, das Wort bezieht sich eigentlich nur auf die Auserwählten. Aber der Witz an der Sache ist, ich lese jeden Morgen das griechische Neue Testament und das stimmt ganz einfach nicht. Das ist ganz einfach gelogen, was diese Leute behaupten. Okay? Dasselbe, was im Griechischen steht, steht in einer korrekten deutschen Übersetzung. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das sind nur die Auserwählten, über die Gott bestimmt hat vor Grundlegung der Welt, dass sie gerettet werden, die werden gerettet, die fahren zur Hölle. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel sagt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hey, Gott liebt die Welt. Er möchte Menschen retten. Diese Hardcore-Kalvinisten, sie haben einen falschen Gott und sie gehen so weit, die Bibel zu verdrehen, um die Bibel an ihre Lehre anzupassen. Das ist, was sie tun. Das ist, was sie tun. Sie verdrehen Gottes Wort, um die Bibel an ihre Lehre anzupassen. Und das bezieht sich nur auf die Auserwählten. Wenn jemand sowas behauptet, dann sagt er damit, dass Nicht-Auserwählte, dass Ungläubige keine Menschen sind. Denkt drüber nach. Streng deinen Kopf an. Die Bibel sagt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen bedeutet, alle Menschen bedeutet, alle Menschen. Die Bibel sagt außerdem, in 1. Johannes Kapitel 2, am Anfang, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Sondern auch für die der ganzen Welt. Sondern auch für die der ganzen Welt. Oh, Jesus ist nicht für alle Menschen gestorben. Jesus will gar nicht, dass alle gerettet werden. So sind nur die Auserwählten. Er ist das Sühnopfer, nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Warum ist Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben? Lass mich dir die Frage stellen. Denn das ist, was die Bibel eindeutig sagt, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wer da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Siehst du, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber nicht jeder Mensch will gerettet werden. Jesus sagt auch, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Gott ist nicht das Problem. Jesus hat die Menschen geliebt. Was müssen sie tun? Sie müssen einfach nur glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Aber Jesus sagt, doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Gott ist nicht das Problem. Die Menschen sind das Problem. Denn auch uns ist eine Heilsbeschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Doch das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Zuhörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Bei den Zuhörern, sie sind das Problem. Neuntens, wir glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird. Also, nochmals, wir glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird. Du bist hier nicht in deiner durchschnittlichen Baptistengemeinde, sondern hier wird die Bibel gelehrt, was die Bibel sagt und nicht, was dein bescheuerter Left-Behind-Film sagt. Wir sind hier nicht in einem Kino, wir sind in einer Baptistengemeinde. Wir sind nicht in Hollywood gelandet, wir sind in einer Baptistenkirche, wo die Bibel gelehrt wird und nicht Left-Behind. Wir glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird, aber bevor Gott seinen Zorn über die Erde ausgießt. Wir lehnen den Dispensationalismus ab. Die Bibel sagt, Matthäus Kapitel 24, Vers 29, Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen. Lass mich das aufschlagen. Matthäus Kapitel 24, Vers 29, Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann, wann? Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Völker auf Erden und werden den Menschen und werden sehen den Sohn des Menschen kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auswehrwelten versammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zu dem anderen. Wann kommt Jesus wieder? Wann werden wir entrückt werden? Nach der Trübsal. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Markus Kapitel 13, Vers 24, das ist die Parallelstelle dazu. Da heißt es, aber in jenen Tagen nach jener Trübsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den Windrichtungen vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Also wieder in jenen Tagen nach jener Drangsal. Dann kannst du sagen, ja, das ist ja alles schön und gut an seinem. Das ist ja alles eindeutig. Aber das gilt ja nur den Juden. Also da haben wir mehrere eindeutige Stellen in den Evangelien, wo es heißt, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Und wir finden das in Matthäus' Evangelium, wir finden das in Markus, die Parallelstelle. nach der Trübsal eindeutige Stellen. Aber, Verzeihung. Aber Leute wollen das nicht wahrhaben. Sie wollen das glauben, was sie glauben wollen. Sie wollen nicht zur Trübsal gehen. Oh, die Trübsal. Obwohl das da eindeutig steht. Und sie erfinden einfach mal wieder bescheuerte, unbiblische Lehren und sagen, oh, das gilt nur für die Juden. Das gilt nur für die Juden, das gilt nicht für uns. Lass uns das mal prüfen, ob das stimmt, okay? Markus Kapitel 13, dasselbe Kapitel. Wie beendet Jesus das? Vers 37. Was ich aber euch sage, was ich aber euch sage, also seinen Zuhörern im Kontext, zu denen er gesprochen hat, was ich aber euch sage, das sage ich, wem? Das sage ich nur den Juden. Das sage ich, was ich aber euch sage, das sage ich nur euch. Was ich aber euch sage, das sage ich nur den Juden. Nein, was steht hier? Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Natürlich gilt das auch für uns. Natürlich werden wir durch die Trübsal gehen und erst nach der Trübsal in der Trübsal zurück werden. Es ist so witzig, wie Leute das, mit dieser Behauptung, da herkommen, auch das gilt nur den Juden. Und Jesus hat da ja nur zu seinen zwölf Aposteln gesprochen. Das waren ja Juden. Der Witz an der Sache ist, einer der zwölf Apostel, wie hieß der? Simon der Kananiter. Simon der Kananiter. Er stammt aus dem Land Kanan. Er war kein Israelit. Er war ein Heide. Natürlich befinden sich die Israeliten, das Volk Israel, im Land Kanan. Aber warum wurde wohl Simon der Kananiter Simon der Kananiter benannt? Um ihm zu betonen, dass er ein Heide war, ethnisch gesehen. Also war er wirklich ein reinrassiger Jude? Nein. Du bist ja nicht in der durchschnittlichen Baptistenkirche, die nichts anecken will. Die sich an irgendwelche bescheuerten unbiblischen Traditionen hält. Wie Dispensationalismus. Von wegen, ja die Juden sind ja immer noch Gottes auserwähltes Volk, bla bla bla. Und wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Dann kommt aber die Zeit in der Trübsal, wenn Leute wieder durch Werke gerettet werden. Denn das ist was die Hyperdispensationalisten lehren. Sie lehren ein falsches Evangelium. Sie sind verdammt, sie fahren zur Hölle. Errettung war schon immer aus gnade durch den Glauben. Es gibt nicht irgendwie verschiedene Zeiten. Irgendwie eine Zeit der, was weiß ich, eine Zeit des Gesetzes und eine Gnadenzeit. Weißt du, wann die Gnadenzeit begonnen hat? Die Gnadenzeit hat mit dem Sündenfall begonnen. Errettung war schon immer aus gnade durch den Glauben. Zehntens. Wir glauben, dass das Leben mit der Empfängnis beginnt und lehnen alle, alle Formen der Abtreibung ab, einschließlich der chirurgischen Abtreibung, der Pille danach, der In-vitro-Fertilisation, der Anti-Baby-Pille und alle anderen Verfahren, die das Leben nach der Empfängnis beenden. Und übrigens, ja, die Anti-Baby-Pille, die kann das Leben nach der Empfängnis beenden. Ich lese vor aus Psalm 139, Vers 14 bis 15. Da heißt es, Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Ein Baby ist kunstvoll gemacht. Es ist wunderbar von Gott geschaffen. Es ist ein Mensch. Es entwickelt sich nicht zu einem Menschen, es ist nicht irgendwie ein Zellhaufen, sondern es ist ein Mensch, der sich entwickelt als Mensch. Ihr seid in Matthäus, Kapitel 1, Vers 20. Da heißt es, während er aber diesem Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, so ein Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Nicht das, was geboren ist, nicht das, was jetzt schon ein Jahr alt ist, sondern das, was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Und deswegen sagen wir in Punkt 10 von dem, was wir glauben, dass das Leben mit der Empfängnis beginnt. Nicht erst später. Nicht mit der Geburt oder mit sonst irgendeinem Stadium, sondern mit der Empfängnis. Denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Und wenn jemand das Leben beendet, dass die Bibel eindeutig das Leben mit Leben vergolten wird. Abtreibung ist Mord. Wenn du ein Kind umbringst, wie bezeichnet man das dann als Mord? Denn es ist ein Kind, das sich entwickelt, als Kind. Nicht zu einem Kind entwickelt, sondern schon als Mensch entwickelt im Bauch seiner Mutter. Egal welches Stadium. Es ist ein von Gott geschaffener Mensch. Und wenn jemand das Leben beendet, dann soll sein Leben beendet werden. Abtreibung ist Mord und soll mit dem Tod bestraft werden. Elftens. Wir glauben, dass Homosexualität... Du bist in einer Baptistenkirche, die zwölftens Weltlichkeit, Modernismus, Formalismus und Liberalismus ablehnt. Wir gehen hier nicht mit der Welt, was die Welt als akzeptabel ansieht. Was die Welt als gut ansieht. Denn die Welt wird das Gute Böse nennen und das Böse Gut. Wir gehen nicht mit dem, was gerade innen ist. Dass wir hier eine Rockband in der Gemeinde haben. Irgendwie Hillsong oder irgendwas. Wir werden nicht mit dem gehen, was gerade modern ist. Wir werden nicht mit dem gehen, was einfach traditionell von dieser oder jener Richtung gelehrt wird. Wir gehen nicht mit irgendwelchen Traditionen einfach nur um der Tradition willen. Hey, Traditionen haben ihren Platz. Aber wenn etwas unbiblisch ist, wie zum Beispiel Dispensationalismus, dann glauben wir das nicht. Wir gehen nicht liberal mit der Bibel um, sondern hier wird alles gepredigt in der Bibel. Die ganze Bibel. Wir gehen nicht liberal damit um. Naja, das könnte man irgendwie umdeuten. Hey, wenn die Bibel etwas sagt, dann ist es ein perfektes Gotteswort. Und dann glauben wir es. Dann wird es gepredigt und es wird nicht umgedeutet. Ja, 3. Mose 20, Vers 13. Was könnte das bedeuten? Es bedeutet das, was da steht. Wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit dem Wort Gottes. Dann hast du ein verdammt großes Problem. Wenn die Bibel sagt, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber siebenmal geläutert. Es sind reine Worte. Es sind herrliche Worte. Es sind gute Worte. Du sollst dich freuen an Gottes Wort. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir müssen unseren Sinn erneuern lassen, denn wir kommen natürlich aus der Welt, wir haben falsche Vorstellungen hier und da. Wir müssen die Bibel lesen, wir brauchen gute Predigten, wir brauchen die Gemeinschaft in der Gemeinde und du musst zur Kirche gehen. Nicht, weil ich das sage, sondern weil die Bibel das sagt, dass wir unsere Versammlung nicht verlassen. Wir müssen unseren Sinn erneuern lassen. Wir müssen, wir dürfen uns nicht anpassen dieser Welt. Die Bibel sagt, dass wir von ihnen hinausgehen sollen, uns absondern sollen. Sollen wir uns absondern wie die Mennoniten, irgendwie wie die Amish oder so oder dass wir kein Internet nutzen oder so, darum geht es nicht, sondern wir sollen eben nicht uns dieser Welt anpassen. Wir sollen nicht genauso sein wie diese Welt, genauso wie alle anderen, sondern wir sind Gottes Volk, als Christen. Kurz gesagt, du bist in einer Gemeinde gelandet, in der die Bibel der Boss ist. Lasst uns beten.